Na gescheißen, Alter! Ja genau, mach mir doch die schwule Pose, hast dir recht. Wolltfalls ihr Treffer. Oh, machst du Spaß? Alter, Wappler! Was war das jetzt, Goalie? Das war jetzt zu offensichtlich anscheinend. Da kann ich gleich irgendeinen Bimbo reinstehlen, Leute. Hedrick! Naja, das ist mal eine deutlichere Partie. Wann ist aber mal eine deutlichere Partie? So quasi. Das war eine schöne Kombination von Startdeck eigentlich. Bis zu der, ich muss sagen, echt vom Aufbau her war das jetzt. Ich hab jetzt erst nur gedacht, oh, das ist fast wie Deutschland. Fast wie Deutschland. Ball-tack-tack-tack, da raus, da raus, da rein, da rein, pack! Insigneur? Wahnsinn. Oh, gescheißt doch die Warnbahn. Gerade genug gelohnt, jetzt legt das auf. Aber wenn sie mal einen sehr starken Schuss. Aber da hat er Platz gehabt. Ei, ei, ei. Wo embed da jetzt Wobe! Woда! Oh, solltest? heute das war ein schönes tour das war echt ein schönes mit einem ersten treffer Ups. Ja, man sieht, man hätte ja den halt auch nicht gemacht. Nein, nein, da war mit Anstand. Ja, Geld halt. Uah! Wieso Geld? Naja, unentschieden. Boah! Das war ein Torjubel im Hintergrund. Ups. 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 Ups.